Many... ...feuere... ...du... ...Zeuzet. Ja, und während du jetzt nur weiter versuchst zu entziffern, was da steht, sag ihm mal kurz Hallöchen, wir sind hier bei Plants vs. Zombies. Wenn ich es nicht wäre, könnte ich hier draufklicken. Rufen? Ja, aus Rutscheichen felsen das, ich bin so ein Weißnippel. Also, äh... Ähm, was haben wir denn hier? Meine Achievements. Kann man ganz... Ey, was sind meine Achievements? Kann man da so weit runtergehen? Ich kann Pflanzen und so angucken und ich kann halt in den Shop gehen. Ah, jetzt spiel los! Ich kann keinen Shop! Ich kann mal gemetzeln gehen! Ich kann mal was kaufen! Soll ich in der Mauer, das kann ich in der Mauer, das kann ich in der Mauer, ja, das... Most Adventure, du, Most Adventure! Oh, nö! Das ist immer doof! Warum? Na, verliere ich! Hahaha! So gut, das gefällt doch jedem! Ja, klar! You know they used it... You know they used to cover! Fuck, man! I can't even have a fucking show more of these people! Also, werde ich! Ja, hatte jetzt sehr viel Sinn gehabt. Okay, ähm... Was soll jetzt wieder irgendwie planen? Oh, warte! Die Pilze! Die Pilze gehen wieder! Jawohl! Ah, es hat Nacht! Ja, das ist toll! Ich werde dir keinen einzigen Tipp geben! Ich brauche auch keine! Ich habe meine Pilze! Ähm... Temporalli immobiles! Aus Hobbies on the screen! Gut! Ich muss gerade echt sagen, ich bin... ...mehr als ähm... ...fragend, was ich alles nutzen soll! Jetzt spielt irgendein verdammter Idiot mit dir auf Isaac! Ich habe mir geläutet aufzutocken, während ich aufnehme! Sag mal, hatte ich eigentlich gerade da einen Wassergraben? Äh... Wassergraben? Ja, das ist ein Wassergraben! Dann sollte ich mit anderen Gefecht stümmen! Jetzt! Das machst du nur, um mich zu ärgern, oder? Ja, richtig! Du bist so mies! Ist doch schön, dass ich B2B spiele! Das machst du nur, um mich zu ärgern, ich mag dich nicht! Das ist eine schwierige Entscheidung! Das ist eine sehr schwierige Entscheidung, kannst du mir jetzt nachvollziehen! Total! Ah, das tust du schon sooo, let's rock fertig, egal was passiert ist! Oh Gott, das ist wie schlecht das Loch aus! Nebel?! Jetzt kommt doch noch Nebel, was ein Käse ist das denn bitte? Ah, das ist gut! Ja, jetzt bin ich hier total aufgeschmissen! Ich meine, das ist Nebel, da kann ich hier gar nichts machen! Jetzt werde ich umgebracht! They're coming! They're coming! Yeah, they're coming! Jetzt sooo, ganz böse! Von hinten! Nein! Okay, sie kommen von vorne doch schon, aber die kommen! Aber die kommen! Aber die kommen! Ich seh sie selber so kommen, ich weiß es! Da! Guck, da ist jetzt einer! Der kommt ganz böse! Was wagt sich der Kerl in meine Nähe zu kommen? Lass ihn doch! Das soll er aber nicht, ich möchte das nicht! Kannst du nicht nachvollziehen, dass ich das nicht möchte? Ne, klar nicht! Guck, da kommt noch einer jetzt! Das wollen die mich dann umbringen! Oh, lass ihn doch! Ja, nein! Sie werden mich umbringen und dann ich will aber nicht sterben! Tun sie nicht, sie werden nur ein bisschen mit Rasenmäher umfahren! Nein, das sollen sie aber auch nicht! Das sind meine Rasenmäher! Das ist eigentlich irgendein Sinn, dass ich da hinten so eine Armee aus Pilzen hinbaue hier! Äh, ja, irgendwie schon! Die sind kostenlos, die sind immer gut! Ja, kostenlos ist gut, fertig! Nein, 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 nein! Das muss ich das nicht machen! Die letzten beiden Reihen sollten mit diesen goldenen Pilzen übersetzt sein, die dir Sonnenlicht spenden sozusagen! Wenn du meinst! Ja, wirklich, ich geh dir Pro-Tips! Wenn der Profi das meint, dann würde der Profi ja wohl recht haben! Wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, diese Render-Aufnahmen zu starten? Ich weiß es nicht! Ich wollte mit dir Togo, glaub ich, spielen! Genau, du wolltest mit mir Togo 12.3 spielen, da sagte ich, lass das aufnehmen! Und dann sagtest du, ja, das wäre was Tolles für die Abwesenheit von mir! Ja, kann sein! Und dann kam das irgendwie! Sag mal, kann ich eigentlich die Kerle, äh, die Gift-Töchter-Feuerbretten zu fangen lassen? Ich glaube eh nicht! Schade! Wäre cool gewesen! Versuch doch mal! Kann ich ja glauben! Oh Gott! So! Ist ich denn ernst! Das war auch mein voller Ernst! Was soll das da? Was macht der Kerl? Der sieht komisch aus! Er ist gefährlich, wie man sieht! Kann der auch meine Felsen explodieren lassen? Ich glaube schon! Das ist aber nicht gut! Ich teste einfach mal! Ne, funktioniert nicht! Schade eigentlich! Ah, ich krieg viel zu viel, was soll ich damit! Jetzt hör auf, Team Fortress-Toy zu spielen! Ich hab bitte mir dieses Spiel! Ich hab mich nicht mit der Aufnahme steuern hier! Ich hab's doch nicht! Ich hab nur schon was für dich damit! Ja, damit kannst du diese, diese starken, äh, die ganz starken, die ganz, 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 ganz! Ja, wenn mal einer von denen kommen würde! Würde abwehren! Ja, die kommen am Ende! Wahrscheinlich! Ja, das ist aber du! Wir sollen es kommen! Schwächlinge hier, ey! Wie du einfach solche riesigen Mauern baust! Ah ja! Defensiv bist du nicht mehr! Das ist meine Devise! Jetzt hab ich Probleme! Haha! Hahaha! Ich hör auf! Ich lasse nur mal Lachen! Das ist eine tolle Idee! Echt! Die schaffen das! Ich weiß es! Nein! Nein! Jetzt schaffen wir das! Das war ja nicht grad sau unnötig, aber... Hey! Hahaha! Da geh ich mir auch grad! Das ist echt so ne T-Shot und nur um ihm was kaputt zu sprengen! Ach zu! Oh, geschafft! Super! Hätt ich halt schön müssen! Hahaha! By the way! Oh! Oh! Was riechen jetzt? Jetzt geht's um die Arsch! Hier, friss! Hilf mir! Jetzt kommen wir viel zu viel Gegner hier! Mach doch mal diesen einen Schrum, diesen einen Mini-Pilz vor dem Dreier da weg und mach da so ein Flammding hin, der macht dann mehr Schaden! Ja! Schon möglich! Ich brauch die... Da rechts! Unsere Flammding bin ich! Oh toll! Bringt richtig viel! Ah! Schlecht! Ich brauch mein Salamandateil! Und der denn der denn Schillischote! Ja, die will nicht! Ja, Mann! Ach nee, jetzt ist die gar nicht schon nicht gut! Jetzt ist die Schillischote weg! Ja, super, dass der Rasenmäher ins Feuer fährt! Ach, ich hab gewonnen! Ja! Okay! Du bist gut! Hier, du hast doch ne Plantärle! Lights up and area, that thing you see for fuck! Okay! Wo find's Backyard? Der Carry sieht total verängstigend aus wie ein Schick in der Box zu mir! Ja! Wie schon, tut mir leid! Und warum kann ich eigentlich keine Gravebuste bauen? Weil es keine Graves gibt! Du brauchst diesen scheiß Dreier nicht, diesen scheiß Dreier-Paste! Der ist cool, der Dreier! Nein! Doch, der ist so cool, der Dreier! Sag nichts dagegen! Der Dreier ist das Einzige, wofür es sich zu leben lohnt! Ich bin ein Dreier! Dieses Lights up and area brauche ich nicht! Ich wollte meinen Dreier! Mein Hypnoshu! Und äh... Jeder oben braucht seinen Dreier natürlich! Das sieht so leicht ironisch! Das kann man verstehen, wie man möchte! Ist mir vollkommen egal! So! Kommt mir jetzt mal vor, dass der Nebel noch dichter ran ist! Ne, er ist auch dichter! Oh cool! Das gefällt mir! Mir nicht! Wir schon! Ja, dir! Wir schon! Spielst du ja auch nicht! Wir schon! Ja, das haben wir denk ich schon verstanden! Ach, glaub ich kaum! Kann ich da nochmal nachhacken! Also irgendwie kriege ich alle sollten mehr! Äh... Jetzt hab ich wieder sollen! Jetzt hab ich sogar schon 20! Aber ich beschloss auf dich! Nicht gelaufen! Jetzt ist so ein Zombie umgefallen und so! Wow! Ist das toll! Die armen Pilze wissen gar nicht, was sie gleich tötet wird! Das ist unheimlich schlimm! Die armen Viechen können nichts dafür! Yay! Irgendwas greift meine Freunde an! Super! Ey! Das ist nicht... Jetzt müssen wir dieses doofe Skype-Geräusch hören! Das ist nicht falsch aufzulegen, ey! Schlimm eigentlich! Egal, was soll's! Dieses schlimme Skype-Geräusch! Mensch, wir uns kennen her! Das hält doch kein Mensch aus! Ah! Skype-Geräusch! Geh weg! Egal! Gut! Reden wir über dieses... ...mehr als fantastisches Spiel! Ich mein... Da, endlich! Was ist mit dir los? Wo warst du? Wo warst du? Wo warst du? Das ist die wichtigere Frage hier! Ach, sicher! Jetzt mach einfach weiter! Es geht schon! Ich hoffe es für dich! Aha! Ich hab falsch gesetzt! Äh... Ich seh grad gar nichts! Du siehst nichts! Richtig! Ich seh... Ich seh ja deinen schönen Avatar! Ist auch so toll! Ja, so jetzt gucken! Sexy... Sexy Avatar! Ja, geil! Irgendwie hat er grad meinen kleinen Kerl getötet! Soll er nicht tun! Die sollen nicht meinen kleinen Kerl getötet! Das sind liebe kleine Wesen! Die tut doch keiner, was tut leider! Nein! Nur Zombies! Ja, und das... Das ist gut so! Pfff! Und du sagst grad so viel wie... Na die Zombies sollen sich töten lassen! Wenn ehrlich! Ja, das ist alles was ich möchte! Mehr möchte ich davon nicht! Da bist du zufrieden! Das ist doch... Feinschuldig! Das ist doch so, als würde ich... Keine Ahnung... Einem alten Mann sagen, dass es Zeit ist für ihn zu sterben! Das ist alles! Pff! Das ist... Auch nicht... Sehr höflich! Das ist sehr höflich! Das ist sehr höflich! Keine Ahnung, welche Welt du lebst! Aber das ist sehr höflich! Ja... Total! Immer doch! Ja... Das Spiel ist toll! Ich meine, da ist auch so viel Action drin! Das ist immerhin unterhalter! Das soll für kurz 2 immer wieder! Ja... Ich kann das ja auch so gut, ne? Ja... 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 Das ist jetzt die Hälfte hier noch! Und bald kriegst du den Essendreher! Ja... Die nicht mehr! Ja... Weg damit! Na also, eh doch! Essendreher, ja! Feiler dir! Oh, hol! Sie tauchen runter! Schön! Schön, schön! Das kannst du gerne tun! Ja... Aha... Ach, ich kann ja jetzt noch so'n Kerl bauen! Boah! So, was trepplich ist! Schlimm! Warum denn nicht? Ach ja, nur weil, falls es jemand interessiert! Wir sind hier um... 2 Uhr 5.40! Und nehmen auch für euch dieses Kram hier auf! Sie sollen sich freuen! Ja, Hopp ehrt mich! Ich weiß nicht, wo ich mache, ey! Pfff! Um Viertel vor drehen, wo ein Feuer die irgendwie aufnehmen! Das geht auch nicht! Das ist nicht nur normal! Naja, wenn die sowas so tun, ne? Und du brauchst dieses Feuer eigentlich nicht! Doch, ich brauche es! Du siehst du nicht genau was... Wenn, dann müsstest du jede, ähm... Hier... Alle, äh... Pilze der mittleren Reihe! Da ist doch fern! Ja, auch! Schlebt alle! Hat zwar null Relevanz gehabt, aber egal! Schlebt alle! Pfff! Es heißt, sterbt alle rum! Ist doch scheinlich egal, ey! Das sterbe auch du! Nein! Nein! Ungern! Ich weiß nicht, denn... Gott kommt doch! Der macht Nebel weg, siehst du! Nicht dein Ernst! Das war saute schlaue Investition! Ja! Und jetzt noch hier einen hin! Och, nicht dein Ernst! Doch! Doch! Das... Oh! Das tut er weh! Hier wird gedaffed, es zugeht nicht mehr! So frisst das! Das tut er weh! Was machst du denn da? Du brauchst mehr Dreier! Auf jeden Fall, du brauchst mehr Dreier! Nicht, nicht mehr Mini-Schrubs! Oh, noch ein bisschen Explosionsdings! Aufpassen! Check in the Box! Check in the Box ist tot! So kommt noch so einer! Das ist auch tot! Das ist zu viel für den Kerl! So steht! Oh! Was ist mit den 8er-3er-Jahr? Du brauchst noch mehr Flammen! 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 Los! Irgendwo ist nirgends wo reingemann alles. Hauptsache da steht was. Also ich arbeite immer symmetrisch. Symmetrie? Scheiß auf Symmetrie. Nee, Symmetrie ist noch nicht. Äh, ich will da was hinbauen, aber irgendwie ist das schon was. So. Ich hab keine Ahnung wo ich's hingesetzt habe, es steht jetzt irgendwo. So, frisst das. Was hast du da hingesetzt? Was? So'n, 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 äh, so'n, äh, Geh-Wechsel-E-Mail-Schuh. Ach so. Oh man. Du spielst jetzt doch gut. Ich weiß, ich kann das ja auch so gut. Jetzt kommt die nächste große Weile von Zombies. Da ist drauf überleb' ich locker, ist doch kein Ding. Ja. Wie das aussieht. Du bist echt nicht schlecht. Ja klar, das passiert ja auch relativ wenig. Die machen ja nix. Die gehe ich nachher. Ja ja, weil die nicht zum Angriff kommen. Alter, da passiert aber nix. So, hier, ich will dich. Ja man sieht's nur nicht. Du brauchst ne Platerne. Ja da, sieht man doch was. Das ist meine Laterne. Das ist meine Laterne. Siehst du, das ist meine Laterne. Der war jetzt tatsächlich los. Oh, der ist was tot erweint. Ja, der ist ja cool. Der ist ja cool. Den, den brauchst du, den nehmst du jetzt. Ich weiß dann keine P-P-P-Ballons. Okay. Okay. Ja, aber das reicht nicht vollkommen. Das ist bis zur Minuten reich, komm. Okay, du hast auch noch eine Runde. Nein, ich will den Allmarkt machen. Nee, ich will den Shop. Denn ich hab jetzt 5400. Wir können nur noch ein paar Minigames spielen. Was hab ich denn da? Minigames, Lat-Mischen, Walnuss-Bowling. Was ist denn davon gut? Ja, ich spür mal, das ist das ganze linke. Was ist das überhaupt? Zombotrani. Ähm. Was? Ich verstehe es nicht. Egal. Du, den, den. Den, den, den. Äh, den. Und... Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Sehen. Ich mache einfach mal, okay? Ja, ja. Ja, das muss der sein. Du kannst nicht Nein sagen. Zambotrani. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es davon nicht. Ich... Ich auch nicht. Habe nicht mehr Sonnenblumen. Nicht richtig Sonnenblumen. Sehr schön. Hä? Die schießen jetzt mich ab oder was? Äh... Warum kann ich nicht ausgraben? Ich... Ach... 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 Was ist das denn? Die machen da gegen angriff. Die machen gegenwehr. Aber so richtig. Na klar. Aber du nimmst natürlich nur... Alter. Das geht hier mal gar nicht an, ey. Das ist nicht angreifend. Ach... Aber du nimmst die an. Natürlich. Die Leisten gegen Bär, das ist sehr unpraktisch. Ich dachte, du machst den Kaktus, oder? Der ist cool, der Kaktus. Guck dir an, der ist cool. Ja, ist natürlich. Der strahlt pure cool des Hauses. Was machen die Zombies eigentlich, wenn sie mir zu nahe kommen? Ich weiß es nicht. Ich verstehe mich. So, Kaktus, erledige. Erledige Arbeit. Ich schaffe was. Du bist nicht in den Karten. Das ist ein guter Kaktus. So, noch mehr Kaktus. So, jetzt brauche ich aber noch ein paar Sonnen, dann ich brauche noch ein Kaktus. Das ist kein Kaktus. Das ist Kaktus. Das ist Kaktus. Wow, ich will gegenwägel. Stimmt. Hier, noch mehr Kaktus. Oh nein. Mein Kaktus ist tot. Ich bin vorbei. Jetzt muss ich meinen Kaktus wiederbeleben, also neu entpflanzen. Was? Nein. Nein, tötet mir eine Kaktin. Sie sehen so steilend aus. Wie viele kosten die eigentlich? 125. Gott. Alter, dass die Gegenwehr geben, das ist wie schön. Alter. Ach, Gott, was ist das? Wie lange muss ich das überleben eigentlich? Ja, gleich ist die mittlere Hälfte geschafft. Ja, die mittlere Hälfte. Ja, das Schlimme ist, ich krieg nichts dazu. Ich bleib nur auf gleichem Stand hier. Mit dein Kaktin. So. Hier. Pech. Die fressen trotzdem, obwohl sie nichts haben. Das kann jetzt doch... Oh Gott. So, du bist natürlich am Arsch. Ich hab meine Rasenmäher, das reicht mir. Oh Gott. Toll. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schlecht. Oh Gott. Schlecht. Ich gewinne das, ich weiß es. Natürlich. Ich bin Profi. Ich bin Fachmann, weißt du das? Natürlich! Jetzt kommen Kartoffeln, die kripsen mich sogar an. Oh... era zu süß... Aber was ist denn das... Es gibt keine Kartoffeln, das sind Waldüsse. Nein, es sind Kartoffeln, fertig. Das sind Walnüsse. Nein, das sind Kartoffeln. Walnüsse. Kartoffeln. Du erkennst keine Kartoffeln, wenn sie vor dir stehen. Okay, deine Reihe, das ist für mich am Arsch. Schmeckt das? Ja, toll. Natürlich, dass sie hier einfach völlig unbeachtet, ohne irgendeinen Gedanken an die sie verschwenden. Nein, nicht fressen, böser Junge. Jetzt hat er gefressen, das geht ja gar nicht. Du brauchst eine Bombe unbedingt. Ja, gib mir die Sonne. Das würde mir keine Sonne geben. Weil deine obere Reihe ziemlich am Arsch ist. Nein, nicht die... Alter, oben bist du noch ein Traktor? Nein, wie heißt das? Ja, ein Rasenmäher. Genau, der ist ja noch oben. Der reicht. Okay, die obere Reihe ist dann schon mal tot. Jetzt fühlst du nicht. Tch, du bist ja fast immer noch auf Null, das ist ja schlimm. Alter, jetzt... Lassst du dich nicht töten? Der ist ja stark. Der hat es für Verteidigung. Super, da. Verteidigung. Du bist ja nicht töten. Verteidigung, wirst du... Ah, komm, komm, so... Verteidigung. Das ist ja ernst. Ich brauch halt Verteidigung, um uns überleben. Deine Verteidigung, bist du das... Verdammt. War hinterlegt. Deine Verzeihung, bist du der Sonne, du. Ich brauch noch... 50. Ah, das ist geil. Schade. Naja, ich glaub das war's dann auch, oder? Ah, ich bin tot. Zombies at your brains. Schön geschrieben. Try again, nie im Leben. Du hast recht. So, also dann hoffe ich hätte meinen Spaß damit gehabt. Ich hätte keinen Spaß. Ja. Bis dann, bis... Bis safe halt. Ach, ihr bietet die Leute. Erf mich nicht nach. Ja, bis ich zurück bin. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Bis halt... Bis halt irgendwann. Ja, bis dann. Aber ich bin ja auch da, das Toll ist.